Beatrice Egli muss derzeit einen Tiefschlag nach dem anderen verkraften. Auch Florian Silbereisen ist von der Pechsträhne der Schlagersängerin betroffen. Keine Frage, Beatrice Egli, 33, kennt dunkle Zeiten. Aktuell muss sie allerdings ein ganz tiefes Tal durchschreiten. Corona bedroht ihre Karriere. Beatrice Egli hat Corona erste Auftritte abgesagt. Vor wenigen Tagen erhielt die Schlagerprinzessin eine Schreckensnachricht. Sie hat Corona schon wieder. Beatrice Egli hatte Covid-19 bereits im Frühjahr 2020 und ist nun zum zweiten Mal erkrankt. Es geht mir gut. Ich bin zu Hause, habe einen sehr milden Verlauf. Trotzdem muss ich jetzt noch ein paar Tage in Quarantäne verbringen, schreibt die Powerfrau auf Instagram. Fans werden beim Schlagwort Quarantäne natürlich hellhörig. Denn häusliche Isolation bedeutet für Stars auch immer Auftritte absagen zu müssen. Florian Silbereisen hat das Nachsehen. Bitter für Beatrice Egli. Sie wird in diesem Jahr nicht beim Adventsfest der 100.000 Lichter dabei sein können. Schlagerliebling Florian Silbereisen moderiert die ARD-Show am 27. November und muss jetzt auf Beatrice verzichten. Doch nicht nur das. Wegen Corona kann Beatrice Egli auch nicht beim RTL-Spenden-Marathon am 19. November teilnehmen. Das Virus kostet die Musikerin also einige wichtige Auftritte. Fans äußern bittere Vorwürfe. Als wäre die Absage an Florian Silbereisen und den RTL-Spenden-Marathon nicht enttäuschend genug. Bekommt Beatrice Egli nun auch noch Gegenwind von ihren eigenen Fans. Manche von ihnen können einfach nicht verstehen, warum sich die Sängerin nach ihrer ersten Covid-19-Infektion 2020 nicht impfen ließ. Eine Instagram-Followerin kommentierte Beatrices Corona-Posting mit den harten Worten. Kein Mitleid. Sie hat sich bewusst nicht impfen lassen. Und sie will ein Vorbild sein? Ein anderer bläst ins selbe Horn und schreibt. Selbst schuld. Unverantwortlich. Es bleibt zu hoffen, dass Beatrice Egli schnell wieder auf die Beine kommt und im besten Fall dann auch ganz bald auf der Bühne bei Florian Silbereisen steht.